So, herzlich willkommen zurück zu Batman. Wir sind in Part 15. Dann werden wir mal weitermachen und gucken uns erstmal zu Ton weiter an. Selbst dich und halt's Maul! Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie begrüßen! Und ich bin Ihnen auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur widert mich an! So, weiter so, Doc. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid. Aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schneiden Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten, auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen und ich werde Sie töten. Und dann Cash und danach sehen. In deinen Träumen! Und jetzt steh auf! Sofort! So, da war der nächste Tonband. Und wir gucken, was wir jetzt mal machen können. Ich habe auf keine Rindler-Trophäen mehr hier. Also ich habe schon auch keine Mäle. Oh-oh. Zu spät, Fat Man! Ein Schritt näher! Und das kommt ins Wasser! Die Höhle wird sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen! Tu es nicht, Crave! Ja. Ja! Hehehehe. Okay, Schedule und Croc wartet grad. Alle Bede. Wo ist der Beutel denn? Der ist doch hier runtergefallen. Hab's doch gesehen. Ah. Okay. Gut. Wir werden erstmal kurz nochmal uns ein bisschen verbessern. Verbessert. Während einer Combo mit Hilfe Gegner ausschalten werden können. Aha. Okay. Können wir ja später drin machen. Bumerangkraft. Nee. Lassen wir mal. Schallbettbumerang. Jetzt ist noch gesperrt. Ist der Zünder. Okay. Eigentlich brauchen wir erstmal ja nicht. Wir werden den Kampf noch mit drin nehmen. So. Da haben wir noch eine Riddler-Firur. Guck mal, ob wir uns die holen können. Ich denke mal, ins Wasser können wir ja nicht können. Ui. Macht jetzt Spaß. Das ist wie so eine Seilbahn. So. Das ist immer eigentlich so, wir sind in die Höhle rein, na? Oh, scheiße. Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu Ihnen. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Kröger. Ich schaffe das schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Okay. Das ist die Falle, also. Dann werden wir mal, äh, auf das Gehl gehen. So, okay. Wir locken den kurz an. Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Oh. Oh. Wenn wir den ganzen Weg dann wieder zurückkennen und die Bombe zünden, wahrscheinlich. Ja, dann kann er überall sein, der Croc. den ganzen Weg dann wieder zurückrennen, wahrscheinlich. Wenn nicht. 95 Meter. Er speichert. Scheiße. Weg. Ah! 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 Okay, Crocky Baby. Okay, er ist wieder weg. Ah, Crocky. Crocky. Scheiße. Ah, Crocky, ey. Ah, Crocky. Ah, Crocky. Okay, er ist wieder weg. Ah, Crocky. Also weiter kommt er auch nicht. Ah, Crocky. 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 Also nicht wegrennen, sondern einfach bloß den Bumerang vorm Kopf schmeißen. Da muss man erst mal drauf kommen. Allzu weit ist der nicht mehr. Ey, jetzt ist die Frage wo lang, rechts oder links? Hm. Oder geradeaus? Okay. Okay. Neun Meter, sagt er. Ich glaube, wir sind hier falsch. Da ist die Spur. Diese Spuren enthalten nicht genug Anti-Vanom. Ich muss unbedingt mehr finden. Naja. Das war ja klar gewesen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wenn wir bloß eh eine Spur hätten suchen brauchen. Ah, da haben wir noch welche. Ich habe immer im Bett. Auf geht's. Ja. ARD Text im Auftrag von Funk Wir brauchen unbedingt noch mehr Sporen Ich muss ja mal so'n Krach machen hier Ja, mal da lang Der hört mich so oder so Auch wenn ich mich leise bewege So, da haben wir noch eine Spore, sehr schön Ich denke mal, zwei Stück brauchen wir auf jeden Fall noch Zwei Sporen brauchen wir auf jeden Fall noch Denn ist das Problem, dass wir ja auch wieder zurück müssen Und das ist aber extrem verwinkelt hier Den Ausgang zu finden, wird ja nicht so mehr so einfach sein Geh mal hier lang So schnell dürfen wir uns trotzdem nicht bewegen, weil dann zieht er uns nämlich sonst runter Ja Da haben wir noch eine Du gehörst mir, Thessmann Scheiße Ist das die letzte? Nee, ist nicht die letzte Okay, wir müssen da lang Jetzt wird's ein bisschen schwieriger Jetzt wird's ein bisschen schwieriger Und wir waren jetzt auf dem Weg zur letzten Spore Scheiße Scheiße Der Ecktag So, wir haben hier auf jeden Fall den Den falschen genommen Ich habe deine Recherung aufgenommen Das ist nicht die letzte Der Eckbüchse Der Eckbüchse Mist, viel alter Hier müssen wir lang Okay, das ist der falsche Weg. Hier, müssen wir da. Da haben wir die letzte Sprache. Renn doch mal! Boah. Meine Güte, ey. Dein Fleisch, der Zählstchen. So. Ne, wollen wir jetzt mal die letzte Spore? Ich habe genug Sporen. Ich muss zurück zur Berthöhle und das Gegenmittel entwickeln. Ah, ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Krok? Er wird kein Problem sein. Er wird kein Problem sein. Schnauze voll hier. Wenn uns so weitergeht, weil... Entweder sind... Bin ich zu blöd, oder... Ich denke schon. Weil... Irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie es laufen soll. Da bist du! Ne, da bist du! Komm, Krokki. Was cool gewesen wäre, wenn der Weg sich noch geändert hätte, irgendwie. So, wir sind mal wieder an der Stelle, wo wir vorher waren. So, jetzt müsstest du aber... So, jetzt sind wir... Außer... Oh, shit! Wäre mal rübergekommen an der Stelle. Gucken, wo Krokki ist. Der müsste... Deine Knappen werden ein Fes essen. Naja. Der müsste gleich irgendwo rauskommen. Scheine mal hier falsch zu sein. Nehme mal geradeaus weiter. Halt! Und nicht geradeaus weiter, sondern da weiter. Ich denke mal, der wird uns auch den langen Weg fühlen hier. Ich werde jetzt nochmal weiterkommen hier. Ja. Da lang? Neh. Da lang. Das ist der falsche Weg. Okay. Und hier? Ja, hier ist richtig. Wir haben hier zwei erfahren. Praktisch. Eben mal den Grog. Und das sind alles kaputtiert hier, die ganzen Bretter. Er speichert. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, allzu weit kann es ja nicht mehr sein. Das ist ja so eine Scheiß-Perspektive. Das ist echt eine Scheiß-Perspektive gerade. Okay. Okay. Das ist nicht mehr. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr nicht mehr sein kann. Ah, los Betsy, renn auf dein Leben. Ah, komm. Ja. Sehr schön. Wir haben es endlich geschafft, meine Fresse ey, und dafür haben wir auch 3.000 Points bekommen, das ist schon mal sehr gut, okay wir müssen jetzt in unterirdisches System, in die Betthöhle, müssen wir zurück, alter Schwede ey, das war dann doch nicht so einfach und ein neues Upgrade haben wir auch, das können wir machen, wenn wir wollen. So, er speichert, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn es wieder heißt Batman, und bis dahin sag ich mal, Ciao! Ciao!